Was geht ab Leute, Sane ist wieder da und zwar heute mit einem etwas anderem Video, denn es dreht sich nicht um One Piece, oh nein, doch und zwar dreht es sich hierbei um Masashi Kishimoto's neuestes Werk, ja der Erfinder von Naruto und Buruto hat nämlich einen neuen Manga rausgebracht, zumindest mal ein kleines Kapitel 0, also so ein Preview Manga, geht nur 5 Seiten und dieser Manga heißt Samurai 8. In diesem Manga scheint es irgendwie sehr viel um Samurais zu gehen, wie der Name wohl auch sagen lässt, aber auch sehr viel um Technologie, denn sowohl der Hauptcharakter als auch sein Tierchen sind mechanisch zum Teil umgebaut, haben so eine Art Roboterarm und sein Tier ist irgendwie, wenn ich es richtig rausgelesen habe, eigentlich mal eine Katze gewesen, es wird jetzt aber mechanisch irgendwie in einen Hund verwandelt. Also er sieht aus wie ein Hund, aber er macht immer noch Miau Miau. Na gut, auf jeden Fall geht es bisher in diesen ersten 5 Seiten in der Story darum, dass der Hauptcharakter, welcher aussieht wie so ein kleiner Nerd mit Samurai-Schwertern, seinem Cat-Dog irgendwas erzählt von Kometen, dass wenn man sie sieht, man sich was wünschen könnte. Und natürlich kommt auch sofort ein Komet und der Hauptcharakter wünscht sich was dabei. Erst wünscht er sich, er würde gern das und das und das und das und das essen, aber dann finden wir seinen tatsächlichen Wunsch heraus und zwar, er möchte nichts lieber als ein waschechter Samurai sein. Also das heißt, wir können wohl davon ausgehen, dass sich die ganze Story darum dreht, wie er die ganze Zeit versucht, ein Samurai zu werden, irgendwelche Gegner besiegt und das werden halt nicht einfach nur irgendwelche normalen Ninjas oder Samurai sein. Nein, es werden technologisch erweiterte Samurai sein, die dann irgendwelche Mega-Fähigkeiten wohl haben können. Da sind wir mal gespannt, wie weit das geht. Erinnert mich so ein bisschen an Afro Samurai, da gab es ja auch so den ein oder anderen Samurai, der eben mechanisch erweitert wurde und dann auf einmal Raketen schießen konnte und sowas. Ich hoffe, dass es nicht ganz so übertrieben wird, aber so ein bisschen hier Future Samurai mäßig würde ich gar nicht mal so schlecht finden. Wobei ich sagen muss, dieser Hauptcharakter rein vom Style her gefällt er mir nicht. Für mich muss ein Hauptcharakter immer irgendwie was Besonderes haben. Entweder er muss Mega-Badass sein oder wirklich einfach nur strunzdumm, aber sympathisch. Der ist irgendwie so eine Mischung bisher, zumindest mal aus den ersten fünf Seiten. Es ist einfach nicht viel zum bewerten, aber muss ich gucken, ob ich mit dem warm werde. Ich werde mir auf jeden Fall mal die weiteren Kapitel anschauen, mal gucken, ob der Manga was ist. Werde euch natürlich auf einem Laufenden halten, ob ihr diesen Manga unbedingt lesen solltet oder es eher heißt, weg. Naja, habt ihr euch dieses Preview auch schon angeschaut? Wenn ja, was haltet ihr bisher von Samurai 8? Werdet ihr euch diesen Manga anschauen? Oder sagt ihr, ne Naruto war am Ende scheiße, Boruto ist jetzt auch nicht so ganz der Bringer. Ich glaube nicht, dass ein neuer Manga von Masashi Kishimoto so viel reißen wird. Schreibt eure Meinung einfach unten in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, wisst ihr ja wie immer, Daumen nach oben. Falls ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, auch einen Klick auf den Abo Button nicht vergessen. Und wie immer wünsche ich euch viel Spaß und hau rein. Ciao. Samurai 8. Ciao. 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 Ciao.